Nice, ich hab ein Plünderer-Paketchen. Ich hab noch mal Geist, was geht ab? Ich eskalier jetzt komplett. Was? Ja, komm, gib mir ein Double. Okay, jetzt haben wir ein Skrupellos mit Granatwerfer. Jaja, was da los, hey Leute? Hier ist wieder der Benni und der Hobner von den Two Epic Parties. Zu einem richtig geilen Battle. Wir machen heute quasi das NoobTube-Battle mit dem Granatwerfer Hobner. Du kannst dir mal kurz erzählen, was dir vorhin passiert ist oder was du gemacht hast oder wie du mal wieder reingelackt hast. Ja, ich hab ja von der einen Challenge, ich glaub mit 100 Wins war es, oder? Oder 75 oder 70, irgendwie sowas. Oh Gott, ich hab keine Muni mehr. Warte, ich erzähl's gleich. Oh, oh, guck mal. Oh, der Moxen-Table, Mann. Alles klar. Ich hab keine Muni mehr. Ich hab auch keine Muni mehr, Mann. Dann lass boxen. Ja. Nein, und du staubst den Sohn ab. Easy. Lächerlich. Auf jeden Fall hab ich von der Bestechung ja 10 Supply Drops noch bekommen und ich hab mir gedacht, scheiß drauf, heute öffne ich auch die Waffenbestechung und die 10 Supply Drops und wenn ich NoobTube bekomme, können wir das Battle machen. Oh ja. Und ich hab halt tatsächlich von den 10 normalen schon NoobTube einfach bekommen. Oh Gott, da ist der Erste. Perfekt. Warte, kann das sein, wenn man die mit Granatwerfer töte, dass die kein Päckchen droppen? Mhm, das Gefühl hab ich auch. Das ist so, das ist nämlich massiv belastend. Deswegen sammle ich immer die Päckchen ein, die die Mates dann so droppen. Ja, ich hab ja auch gerade eins geholt. Also das wird ein echt krasses Battle so. Warte, ich versuche jetzt hier einfach irgendwie C einzunehmen. Oh fuck. Komm, jetzt muss was gehen. Wollen wir B einnehmen? Dazu kommt, dann haben wir ein bisschen Decker. Oho, ich hol den anderen. Oder auch nicht. Ich bekomm den. Ich hol den anderen. Ich bekomm den. Ich bekomm den. Ich bekomm den Hitmarker und du bekommst den Kill. Das ist so lächerlich. Uh, ich hab die Drohne-Konte. Okay, läuft, läuft, läuft. Da außen sind ein paar. Warte, der hatte auch einen Granatwerfer. Nice. Nehm, Unsichtbarkeitsfähigkeit. Den muss ich totboxen. Komm, Schelle. Ja. So, ich möchte auch irgendwie mal eine Drohne oder was erreichen. Ich hab natürlich abgehobenerweise Geist und Orbe mit. Ich hab Drohne, Mann. Nice. Okay, da ist irgendwo ein Gegner. Ich hoffe, ich kann einen snacken, wenn der C einnimmt. Sieht gut aus. Ey, wenn du so richtig nah dran sind. Komm, die Werdabel. Ja. Oh. Nice. Perfekt, Mann. Ich bin 30 Punkte vor Geist. Äh, 300 Punkte vor Geist. Sorry. Nice. Ey, wenn das klappt, dann wieder. Ne, ich zieh durch. Kein Bock. Oh Gott, der hat einen Hit nach am Fit bekommen. Okay, vielleicht geht er wieder auf C. Dann versuche ich die nächste Stank. Sicherlich. Du bekommst die ganzen Easy Kills. Oh, wieder Doppel, Mann. 20 Punkte vor, das gibt's nicht. Bitte. Bitte lass mich das schaffen, Mann. Ja, ich hab Geist einfach. Oh mein Gott, das ist hier los. So, vielleicht bekomme ich noch Orbe, dann wäre das so geil. Komm, bitte kommt jetzt einer rein. Bitte, bitte, bitte. Ich lass dir das hier mal. Nein, ich hab nicht getroffen, ich zieh durch. Ich glaub, der Teammit hat ihn gesnackt. Ich hab ihn gesnackt. Nice, wollen wir jetzt hier einnehmen? Äh, ja. Nein, der ist ein Gegner. Warte. Der geht so ab. Nice. Ich glaub, hier ist noch einen, oder? Nee. Huh, ich hab einfach Orbe mit NoobTube only. What the fuck. Nice, Mann. Ich hab, weißt du, was mir grad aufgefallen ist? Man kann NoobTube nachladen. Ja, ich weiß. Wusste ich nicht. Oh, Mann. Fuck. Jetzt war ich so scheiße nervös, oder bin's eigentlich immer noch? Sogegebenerweise. Egal. Ich chill mal kurz. Auf den Gegner warten. Perfekt. Oh Gott. Ich geh einfach auf die Streak. Ja, Mann. Richtig nice. Oh Mann. Ich bin auch 3 vor Orbe. Ich, ich steh 11 zu 2. Ich hab wirklich keine scheiß andere Waffe mit. Was geht ab? Okay, aber ich hab ja jetzt wirklich gar keine Muni mehr. Ja. Komm, Killcham, ich hab Killcham. Ja. Nice. Ey. So. Jetzt werden dann die Tweaks rausgeballert. Ja, hat Orbe auch noch, oder? Wir haben verloren. Ja, Mann. Orbe kann ich auch ausballern, ja. Ich hätt gedacht, ich hab Killcham, Mann. Na. Schade. Aber die geht mir richtig schlecht, alle. Ja. Das ist so nice. Perfekte Lobby. Es war wieder First-Trial, Leute. Ungelogen. Na, der mit den vier Rauten hat auf jeden Fall den Granatwerfer auch am Start. Okay. Ja, ich seh den Level 129 da. So, hau Orbe rauskommt. Noobjub auf B. Nice. Zumindest ein Kill gemacht. Geist raus. Auch perfekt. Ist da noch ein auf B? Ne. Okay. Ich versuch. Obwohl, versuch ich B1 zu nehmen. Ich weiß nicht. Oh, nice. Oh Gott. Ich muss durchziehen. Ich hab den Noobjub hinter mir gespürt, Mann. What the fuck? Nein. Ich will jetzt nicht sterben. Ich bin noch ein Zuhörer. Ich kenn das Gefühl, Mann. Ich hau noch direkt eine Drohne raus. Sicher, sicher. Da ist einer Hauptner. Ja, ich weiß. Der ist tot. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Der jumpt so rum. Ich hab ihn. Ich hab Orbi. Oh nice, Mann. Fuck. Da kommt einer von hinten. Seht ihr das nicht? Nice. Ich hab ein Plünderer-Paketchen. Ich hab noch mal Geist. Was geht ab? Ich eskalier jetzt komplett. Lass fehlen. Lass die Runde auch noch gewinnen. Ja, ich hab noch mal Orbi. What the fuck? Nice. Ey, Mann. Ich pack's nicht. Okay. Das geht jetzt gut ab. Das geht echt gut ab. So, ich lauf noch mal ganz außen drum jetzt. Das heißt, wenn sie die Runde auch noch gewinnen könnten. 18-2 einfach. Das ist krank. Das ist echt krank. So, aber ich weiß nicht, wie ich an ein Paketchen kommen soll. Hast du die? Ja. Okay, nice. Hier liegt ein Paketchen. Warte, ich hab keinen. Ich hab Warbi raus. Nein, nein, nein. Warte, lass den tot boxen. Ja, jetzt Boxen. Er ist gehittet. Nein, er springt zurück. Der Try hat er. Ich hab ihn. Aber ich hab kein Paket. Doch, ich hab ein Paket bekommen. Oh mein Gott, war das knapp, Leute. Fuck. Nobtube. Ich hab keinen bekommen von dem. Nein, der kommt wieder von außen. Gebt mir doch irgend so ein Paket. Ey. Da liegt wieder Hänz, ich grab's mir. Könnt ihr, Mann. Fuck, ist das eine coole Runde. Also, das Teil macht echt Bock. Da ist ein Paket. Schnell ja damit. Nein. Ich glaube, es ist auch Spawnflip. Und die Geilen die ganze Zeit Orbi, wenn ich mich nicht täusche. Hat er nur einen Hitmarker? Ja. Oh Gott, ich hab auch geschluckt. Puh. Was, die haben wir jetzt einen Geist, Mann? Was? Ja. Komm, gib mir einen Double. Okay, jetzt haben wir einen skrupellos mit Granatwerfer. Alles klar. Nein. Oh, ich bin dauernd. Schade, Mann. Ich bin der Hund oder Prezi. Ja, Geist, wir haben mich gleich targetet, Mann. Ich nuk-tube den gleich runter. Versuch's, Mann. Okay. Aber wir gewinnen die Runde, was ultrageil ist. Okay, nicht einen Kill bekommen. Perfekt. Ich glaube, ich kann mich grad wieder über Hitmarker beschweren. Okay, der Geist ist down. Oh, Direct Impact, Mann. Okay, Geist down. Perfekt. Was mach ich denn? Durchziehen. Oh. Okay, schade. Ich hab das Blinderpaket von dir bekommen. Bitte, Mann. Danke. Eine kugelsichere Weste jetzt am Start. Jetzt hat er keinen Bock mehr auf P-Tub zu werden. Nein. Das war echt ein bisschen lucky von uns, dass wir wirklich wenig wie Kugelweste gezockt haben. Nice. Ich hab den einen. Aber da kommt noch einer. Oh. Ich bin auf P. Ich auch. Ich hab zwar nix, aber ich bin hier. Durchziehen. Nein! Warum kommt denn der Zug? Ich hab ihn nicht gesehen, Mann. Oh Gott. Okay, aber ich hab zumindest die Drohne bekommen. Ich mach einen finalen Boxer. Komm. Nice. Okay, okay. Jetzt hab ich sie. Zweimal Last Kill eigentlich und jetzt die Kugel. Ich würd sagen, die Runde geht auf jeden Fall an dich, Mann. Ja, Mann. Das war echt nice. Speziell diese Skrupel-Streak. Ja. Und das weißt du, du kannst doch nicht mit einem anderen Waffen bezocken und irgendwie Paketchen sammeln, sondern das war, ja, komisch. Ich würd sagen, wir zocken direkt noch eine, oder? Ja, auf jetzt. So, Leute. Zweite Runde und auf Kumbain unterwegs. Mal gucken, was diesmal so geht. Auf B sind auf jeden Fall direkt ein Paar. Uuuuh. Easy Double. Let's go. Und vielleicht noch einen nehmen, das wär so korrekt. Bitte nicht mich töten. Bitte, von der Seite kommt einer. Ich zog ein Paket. Ja. Was? Ich hab's. Drohne direkt raus, Mann. Das sind Starterpunkte. Oh, da mach ich auch. Ey. Das ist so fies. Die können halt, da kommt einer hoch. Bitte, Team E. Ich hab's. Ich hab's. Oh mein Gott. Ich hab's. Oh mein Gott. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab Orbi. Ich hab Orbi. Ich hab's. Ich hab die Runde jetzt schon drei totgeboxt. Was? Mir läuft einer mit Kugelwestern auch. Ich seh's. Ich komm hinten. Oh Leute, Taktikmaske auch noch. Verpiss dich, das ist ein Knife Runner. Jetzt check ich's. Ich hab ihn. Nice. Danke. Das war der Knife Runner. Hat nen Hit? Ich hab ihn. Nice. Es dauert immer kurz eine Sekunde oder zwei, bis das Pündra Paketchen da liegt bei mir. Ja, das kann sein. Okay, es wird so viel getubt. Nein! Bin nicht hier. Nein, das spielt eine Shotgun. Achtung. Wieder einen totgeboxt. Nein, Mann. Ich steh 11-0. Ja, ich hab einen Knife Runner totgeboxt. Weiß, ich bin auch am Start. Lass mich das noch nehmen. Du schaffst das nicht. Was? Lächerlich. Ich hab noch mal Geist. Hast du einen Orbi auch? Gleich, einen Kill noch. Ich hab Angst. Ich hab Orbi raus, oder? Ich hab noch raus. Ja, raus. Oh, ich spür ein Double. Ich will C einnehmen, Mann. Da ist noch ein Gegner oben. Danke, Tino. Nein! Da kommt noch ein und er hat mich. Oh mein Gott, Direct Impact, der spawnt einfach vor mir. Oh, fuck, Mann. Nein, ist noch ein Kill? Nein, ich muss durchziehen. Hilfe! Da kommt einer mit Kinetic, der Knife Runner. Ja, das meine ich. Ich muss auch durchziehen. Das war der Knife Runner. Oh Gott. Hinter dir einer mit Shotgun. Nein! Ich hab ihn. Ich bin wieder auf Gnadenlos. Nice. Bitte kann das Game jetzt zu Ende gehen. Okay. Fuck, Mann. 17 zu 2 und 15 zu 3, Mann. Das mit Noob Tube. What the fuck? Das ist eine krasse Lobby. Ich sag's dir. Ja. Nein, Hitmarker. Nice, ich hab wieder Geist. Ich hau ihn raus. Nice. Und ich hab Angst, dass die jetzt bei uns spawnen. Die spawnen schon hinter uns auch. Ja, die spawnen bei uns auch. Oh Gott, zum Glück. Nein! Und er holt mich. Durchgezogen. Ich bin bei C gespawnt. Okay. Boxkill. Ja. Und Paket. Ich hab dann Orbi. Nein, da ist er mit Shotgun und Thieme blockiert mich. Ja, er spielt wieder Bracky, Mann. Oh mein Gott, diese Noobs einmal. Das ist unglaublich. Er schreibt, you fucks are the reason people stop playing MW2. Ey. Come on. Es gibt einen sehr kurzen Granatwerfer in Black Ops 3. Ist so. Und es war nur ein Battle, also. Ja, Leute. Ich würd sagen, wir hoffen, euch hat's gefallen. Hat echt mega Bock gemacht. Und eigentlich, ich find's immer noch so krass, wie gut unsere KD ist. Obwohl wir nur mit dem Scheiß drin gesagt haben. Oh ja. Das ist schon krass. Haut rein. Bis morgen. Ciao. Ciao.